Ja, natürlich haben die Ahnung, die erleben das ja in der Praxis. Warum hören Sie denen nicht zu? Das, was ich will, ist, dass wir eine realistische Migrationspolitik haben. Und dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, was funktioniert tatsächlich. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Und was sind auch sehr, sehr einfache Antworten, wo man denkt, das Problem können wir einfach irgendwo anders hinbringen. Und wenn wir über realistische Migrationspolitik sprechen, dann müssen wir auch schauen, wo gibt es tatsächlich Probleme. Was, Cefir, schreibt gerade im Chat an, ich bin raus. Probleme, da gibt es welche, Sie haben gesagt, hier fassen schon viele Leute, die das auch gesagt haben. Das ist eine Überforderung der Kommunen. Da müssen wir schauen, was unterstützt die Kommunen am schnellsten, am einfachsten. Das ist finanzielle Unterstützung? Nein. Doch, natürlich auch. Nein, nein, nein. Ja, also natürlich bräuchten die Kommunen finanzielle Unterstützung. Vor allem bräuchten sie eine Entschuldung. Also, dass die Kommunen finanziell überhaupt nicht mehr handlungsfähig sind. Zumindest ein Großteil der Kommunen liegt ja daran, dass sie komplett überschuldet sind. Und dass man Schuldenbremsen eingeführt hat, die eine weitere Verschuldung verhindern, aber sie gleichzeitig noch die Zinsen von den Altschulden zurückbezahlen müssen. Das heißt, der Bund könnte einfach sagen, wir übernehmen jetzt alle Schulden der Kommunen, wir setzen die wieder auf null, wir zahlen einen Bonus an alle Kommunen, dass sie jetzt ein bisschen finanziellen Puffer haben für die nächsten zehn Jahre, dass sie Freiheiten haben. Und dann, ja, das wäre eine gute Maßnahme. Sind wir jetzt endlich beim Finanziellen. Aber jetzt kommen Lanz, nein, wir müssen die 600 Abschiebungen hier irgendwie machen wahrscheinlich. Ja, wird den Kommunen, nein, wird auch nicht viel ändern. Also es gibt 50.000 Menschen in Deutschland, die unmittelbar ausreisepflichtig sind. Die könnte man von heute auf morgen abschieben, wenn man sie lokalisieren könnte, wenn man das wollte. Aber wir haben ja Millionen Flüchtlinge in diesem Land. Also, wie gesagt, 50.000 Menschen, davon könnte man jetzt unmittelbar abschieben. Wenn man die Menschen in Arbeit bringen wollte, dann bräuchte man Vollbeschäftigung. Wir haben 800.000 offene Stellen, wir haben 206 Millionen Arbeitslose. Das passt nicht zusammen. Also wir haben ja jetzt dreimal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. Anfang der 70er, wo wir Vollbeschäftigung hatten, da hatten wir 100.000 offene Stellen, nee, andersrum, 100.000 Arbeitslose und eine Million offene Stellen. So sieht Vollbeschäftigung aus. Ganz wenige Arbeitslose und sehr, sehr viele offene Stellen. Da haben wir das Gegenteil. Und die Menschen, die am schlechtesten Deutsch können, die sich erst hier einleben müssen, die bekommen natürlich auch zuletzt einen Job. Das heißt, daraus erklären sich auch die sehr, sehr hohen Arbeitslosenquoten, die man beispielsweise bei Ukrainern hat. Ich meine, da ist ja, ich will jetzt nicht zweistisch erzählen, noch über die Hälfte, glaube ich, arbeitslos. Aber das ist völlig normal. Wie gesagt, die Leute können aktuell noch kein Deutsch. Die sitzen in den Deutschkursen. Und dann gibt es sowieso zu wenig Arbeitsstellen, auch schon für Leute, die perfekt Deutsch können. Ich würde gerne die Frage dazu stellen, wer mit Ihnen eine Arbeitspflicht zu machen? Es geht doch erstmal darum, dass Sie dort arbeiten dürfen. Einfache Frage. Beides die falschen Fragen. Es gibt nicht genug Arbeitsplätze. Punkt, das ist die statistische Realität. Also es gibt genug Arbeitsstellen. Und das ist doch albern. Also wo soll man die Leute dann zum Arbeiten verpflichten? Soll man die dazu zwingen, ein Loch aufzubuddeln und das dann wieder zuzuschaufeln abends? Man muss Arbeitsplätze schaffen. Man muss Junkturpolitik machen. Man muss für Vollbeschäftigung sorgen. Aber über sowas wird bei Lanz natürlich nicht geredet. Und stelle davon, die Leute sollen in Arbeitsstellen gezwungen werden, die es überhaupt nicht gibt. Also das ist ja wirklich absurd hier. Also das ist Volksverdummung, wenn ihr sowas seht. Also lasst euch nicht verarschen von solchen Sendungen. Wie gesagt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, darauf ganz zu reagieren. Aber immer wenn es mir zu blöd wird, springe ich jetzt ein paar Minuten weiter. Also das ist ja unglaublich. Abschaffen, damit es tatsächlich jetzt noch möglich wird. Aber der Fachkräftemangel, schreibt leider gerade einer in den Chat. Das ist so ein Unsinn. Guckt euch die Videos von Friederike Spieker an. Er hat da alle Fakten nochmal zusammengetragen. Schaut euch auf meinem Erstkanal das Video an, haben wir einen Arbeitskräftemangel. Da habe ich das alles schon beantwortet. Wir haben keinen Arbeitskräftemangel. Da habe ich auch alle Fakten nochmal zusammen. Wie gesagt, die wichtigste Zahl, 800.000 offene Stellen, zweieinhalb Millionen, zweieinhalb sechs Millionen Arbeitslose. Also wie soll man das zusammenbringen? Also zwei Millionen mehr Arbeitslose als offene Stellen. Und diese Arbeitslosenzahlen, die werden auch noch an zig Stellen schön gerechnet. Jetzt wird immer gesagt, ja, aber die Unternehmen, die melden ja nicht alle ihre Arbeitsstellen bei der Bundesagentur für Arbeit. Das heißt, die Zahl der offenen Stellen ist offensichtlich nicht korrekt. Also so wird dann immer argumentiert. Da muss man sich doch auch schon wundern. Hä, wenn die Unternehmen so dringend Arbeitskräfte suchen, dann ist denn das echt zu viel Aufwand, sich mal bei der Bundesagentur zu melden, in der Hoffnung, dass da eventuell Fachkräfte hingeschickt werden. Vielleicht suchen die Unternehmen doch nicht so dringend neue Stellen. Vielleicht plären die Unternehmen nur rum, weil sie aktuell schwieriger an Arbeitskräfte kommen, als noch vor 20 Jahren, wo wir eine höhere Arbeitslosigkeit hatten. Vielleicht sind die Unternehmen von 40 Jahren Neoliberalismus total verwöhnt. Eine Vollbeschäftigung, ja, Definition von Vollbeschäftigung gibt es unterschiedlich. Ich würde sagen, sobald jeder, der eine Arbeitsstelle sucht, schnellstmöglich wieder eine finden kann. Also wenn es eigentlich keine relevante Arbeitslosigkeit gibt. Wie gesagt, Anfang der 70er. Eine Million offene Stellen, 100.000 Arbeitslose. Also es muss hier viel mehr offene Stellen als Arbeitslose geben. Dann hat man lehrungsweise Vollbeschäftigung. Also wie gesagt, definieren kann man das unterschiedlich. Ich würde sagen, so eine Situation sollte man wirtschaftspolitisch anstreben. Aber so eine Situation haben wir nicht. Wir haben eine Situation der Unterbeschäftigung. Wir rauschen gerade immer tiefer in die Rezession rein. Und die Deindustrialisierung, die wir gerade erleben, wird das noch weiter verschärfen. Dann sind wir gerade in der Wirtschaftskrise. Und dann davon zu reden, dass die Menschen, also es ist albern. Es ist einfach albern. Und ich glaube, was tatsächlich ein Schlüssel ist, das ist die Anerkennung von Abschlüssen. Wenn ich mit Menschen rede und da kann man mit Leuten in Pflegeheimen reden, die sagen mir, naja, ich habe hier eine Brasilianerin, die ist da, die will arbeiten, aber die kann nicht anfangen, weil ihr Abschluss erst in einem Jahr anerkannt wird. Das ist doch Wahnsinn. Dafür hat niemand verständlich. Die würde Steuern zahlen, die würde einen Job übernehmen, die würde damit auch alte Menschen unterstützen. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr pragmatische, sehr konkrete Sachen sind. Schnellere Anerkennung von Abschlüssen, bessere Ausstattung von den Ausländerbehörden und aber auch die Abschaffung von Arbeitsverboten. So, andere Frage, die direkt dazu führt, weil hier ein studierter Volkswirt auch sitzt. Kann es sein, dass es sich gar nicht lohnt, in Deutschland zu arbeiten? Ist das das nächste Thema, über das wir reden müssen? Jedenfalls ist das... Also es gibt vom IFO-Institut eine sehr interessante Projektion, die sagt, es macht in München beispielsweise als vierköpfige Familie überhaupt keinen Unterschied, ob du 3.500 Euro verdienst oder 5.000 Euro verdienst, weil du durch entsprechende Aufstockungsmöglichkeiten sozusagen ganz schnell auf diese 5.000 Euro genauso kommen kannst. Das heißt, du triffst selber die Entscheidung, ob du diese 1.500 Euro Differenz verdienen möchtest oder nicht. Wenn du es tust, arbeitest du sehr lange für einen vergleichsweise niedrigen Mindestlohn, um das irgendwie hinzukriegen und wenn du es nicht tust, geht es auch so. Ja, also es stimmt, dass niedrige Löhne zu hoch sind, aber da gibt es, jetzt suche ich euch auf YouTube nochmal was heraus, ein gutes Video von Wohlstand für alle. Also wie gesagt, München ist ja zum Beispiel mit besonders hohen Wohnungsmieten, das heißt, da gibt es auch besonders hohe Zuzahlungen bei Hartz IV. Hartz IV ist ja immer an die Wohnungsmiete gekoppelt und das da so, jetzt immer mit Bürgergeld heißt der Unsinn ja jetzt, dass da so hohe Zahlen zustande kommen, liegt schlicht und ergreifend an den hohen Wohnungsmieten. Also in Städten wie München, auf dem Land ist das Bürgergeld wesentlich geringer. Das Video heißt der wahren Bürgergeld-Skandal. Von Politikern wie Boris Palmer. Es hat mittlerweile schon 30.000 Aufrufe. Schaut euch das gerne an, das ist Wohlstand für alle Episode 230. Da wird erklärt, was das eigentliche Problem ist. Das ist das Problem, dass man, wenn man seinen Verdienst steigert, dass man in breiten Teilen der deutschen Einkommensskala, dass es keine weiteren Einkommensgewinne hat, das gibt es tatsächlich. Aber das ist nicht auf Bürgergeld-Niveau, sondern das ist noch mal etwas mehr als 1.000 Euro über dem Bürgergeld-Niveau angesiedelt. Schaut euch das Video gerne an. Das ist sehr interessant, wie unser deutsches Sozialsystem gestaltet ist. Es gibt ein Minimaleinkommen für ganz arme Arbeitslose, die Bürgergeld kriegen und dann gibt es noch ein zweites Minimaleinkommen für Arbeiter, die gerade so über die Runden kommen. Es ist etwas über Bürgergeld-Niveau, aber das betrifft große Teile, also mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Die befinden sich tatsächlich zwischen diesen zwei Minimaleinkommen. Also das deutsche Steuernabgaben-System, das ist vor allem für Familien sehr, sehr ungewecht, wenn man so will. Wenn ich einen Satz sagen darf, das ist das Problem. Es ist nicht die Bürokratie, es ist nicht das Geld, es ist eine Grundhaltung, eine ökonomische Grundhaltung dieser Politik, dass Arbeitsanreize nicht im Zentrum stehen, sondern die Alimentation. Das ist das. Was für ein Bullshit. Was für ein Unsinn. Also 2,6 Millionen Arbeitslose, 800.000 offene Stellen. Soll ich es nochmal erwähnen? Soll ich euch ausrechnen, wie hoch die Differenz ungefähr ist? Wie schwer ist das zu verstehen? Wenn es nicht genug Arbeitsplätze gibt, können nicht alle in Arbeit kommen. Was so viele Menschen Bürgergeld beziehen, früher Hartz IV, ich meine, groß unterscheiden tut sich das ja eh nicht. Dass das so viele Menschen beziehen, das liegt pflicht und ergreifend daran, dass es nicht genug Arbeitsplätze gibt. Das ist schlicht die Wahrheit. Die ukrainischen Flüchtlinge sind auch deswegen nicht so schnell in die Arbeit gekommen, nicht weil sie bürokratische Hürden haben, sondern weil sie erstmal sofort das Bürgergeld bekommen haben und die Notwendigkeit gar nicht erst. Und weil sie kein Deutsch können. Also dass Ausländer erstmal eine hohere Arbeitslosigkeit haben, ist vollkommen normal. Du wirst bei keinem Unternehmen genommen, wenn du kein Deutsch sprechen kannst. Jedenfalls bei keinem normalen Unternehmen. Und jetzt könnte man sagen, also jetzt in den nächsten Jahren, wenn sie langsam Deutsch lernen, könnte die Arbeitslosigkeit sehr, sehr schnell sinken, wenn es eben leicht wäre, an Arbeit zu bekommen. Wenn die Unternehmen jeden, den sie bräuchten, sofort qualifizieren müssten. Wenn die Unternehmen wirklich Arbeitskarte händeringend suchen würden. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben keine Politik, die auf Vollbeschäftigung setzt. Ganz im Gegenteil. Wir haben eine Politik, die beim Wirtschaftskrieg gegen Russland beginnt und damit die Nachfrage abwirkt. Wir haben eine Politik, die die Schuldenbremse einhalten würde und auf Sprungpolitik setzt. Das sind Dinge, die ein Makroökonom jetzt ansprechen müsste. Und nicht dieses, ja, also das Konzept, was er uns hier gerade erklärt, durchs Bürgergeld steigt der Reservationslohn. Wir müssen da mehr Anreize setzen, dann wäre der Reservationslohn geringer, dann wären die Leute auch für geringere Löhne bereit zu arbeiten. Der Argumentation, die er uns hier jetzt vorstellt, könnte man den gleichen Effekt, den er uns hier beschreibt, auch mit einem höheren Mindestlohn erreichen, nur mal das am Rande. Also wenn er hier dafür klediert, Druck auf Arbeitslose auszuüben, dann ergibt sich das nicht mehr aus seinem eigenen ökonomischen Modell, sondern dann ergibt sich das nur aus seiner Ideologie, die eben Kapitalinteressen sehr zugetan ist. und sich das nicht mehr Vielen Dank.